ja hallo und ich begrüße euch zu einem neuen let's play und seit einer weile mal wieder auf dem c64 mit dem ja alles bei mir eigentlich eigentlich nicht ganz ich könnte jetzt noch die heim computer der ehemaligen ddr nennen aber die sind ja nicht so relevant also das war mein erster heim computer den ich selber zu hause hatte und heute spielen wir ein spiel von 1984 und dieses spiel heißt wie ihr das schon seht der bc bill um was geht es in dem spiel in dem spiel geht es eigentlich dazu wir sind ein johne andertaler oder der urmensch und wir müssen unsere familie ernähren und müssen uns auch ja da frauen beschaffen die über die beschaffen das zeige ich euch das gleich ist ja ist ein sehr lustiges spiel und macht auf jeden fall spaß na es ist jetzt eins der ziemlich frühen spieler hier sehen wir schon die ganzen kreaturen oder so und da haben wir es dieser mann mit dem ja schwarzen vollkörper kondom das ist unser bc bill da hinten steht unsere familie nur die musik ist ja es ist was vorhanden sag ich mal ist aber trotzdem macht das spiel wirklich spaß wir nehmen den joystick und da sind wir und wir müssen das mal wir brauchen hier nahrung wir haben schon eine frau da wird gebraten jawohl und jetzt geht es zurück wir müssen zur höhle ach da hat er uns erwischt dieser dino von dem dürfen wir uns nicht erwischen lassen und da werden wir schon abgeholt mit der trage das ist natürlich das finde ich eigentlich sehr schön gemacht wir haben noch kein kind und es ist winter und jetzt geht es los da ach da war eine frau die holen wir uns jetzt ein kind haben wir gekriegt die frau ist weg mensch die kriegen die nicht auf jeden Fall haben wir da was zu essen so und ab geht's das ist natürlich unfair der kommt ja einfach hoch da und wieder sind wir k.o. ein teufelskreis aber egal da ist eine frau das muss noch interessieren kann man diese ach mensch so oft wie wir abgeholt werden wir haben bloß noch ein Leben und das war schon tja jungs und mädels wir fangen mal ein ja unsere familie verneigt sich wir beginnen noch mal so jetzt geht's los hier die hören wir uns und ab geht's rein ja da ist so mit der keule ins troff und dann brauchen wir was zu essen und diesmal auf die dinos aufpassen wir haben jetzt zwei frauen und die brauchen natürlich Nahrung jetzt ist Sommer wir haben ein Kind bekommen und jetzt geht's wieder hier wir brauchen mehr Nahrung jawohl und ab geht's zurück in die Hölle auf die dinos aufpassen wir brauchen was zu essen und jetzt haben wir wieder Winter es gibt nämlich zwei Aushalten und wir brauchen ein bisschen was zu futtern ab geht's noch mal was zu futtern wir kriegen ein Kind jetzt haben wir schon da oben ist eine Frau ach da war einer kommt noch einer dann halten wir mal die Nahrung grün und wir brauchen jawohl und jetzt geht es wieder ab hoch und rein eine frau eine frau eine frau da ist weg leiber was denn du AHHHHH jetzt haben wir sie und rein nahrung vier frauen wir sind ja und acht kinder die brauchen natürlich nahrung 0,04 haben wir wieder was oh jetzt ist unser nahrungsende ach die scheiße verliehen wir bestimmt wieder frauen und kinder schnell 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 hoch wir müssen jetzt einmal nahrung wir kriegen das keine an die frauen wir uns anlachen wir brauchen brauchen nahrung das a und o das spielprinzip ist eigentlich relativ relativ simpel aber fest kommt schon wieder ein kind nein kinder was ist das jetzt wer haut da ab wer haut da ab das ist unser ältester sohn würde ich sagen gucken wir ob man ein kind voll jung ja 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 füllen füll jetzt los wir brauchen jetzt mehr nahrung aber wir haben noch drei leben ob das sagt er noch zwei es ist ein wahnsinn alles jetzt schon ist es wirklich kein schlechtes spiel ist zwar relativ simpel aber mein gott spaß muss es machen und das macht und dann geht es über los auch ein bisschen wir brauchen nahrung und da kommt schon ein kind der hat nämlich gar keine mehr und was auch noch das ist oh das spiel und braucht immer nahrung zwei kinder haben wir noch wirklich unentwegt nahrung kann schaffen und kind jetzt einfach Das ist ein Problem, doch? also jetzt läuft eigentlich wenn man seinen ganzen tag nur mit mit essen zu ich lasse mir das hau auf dem kopf also die kann man nicht mitnehmen rein mit dir auf Up! Das ist ja. Es kommt noch ein Kind. Den habe ich nie gesehen. Und dann werden wir wieder weggetragen. Es ist ein Teufelskreis. Ja, es war ein hartes Leben. Damals in der Uhrzeit. Den ganzen Tag jagen. Krillen. Dinosaurier ausweichen. Vermeerde. Dinosaurier ausweichen. Verdammt, das war zu enge. Ach Mensch. Es war so schön. Das war unser letztes Leben. Jawohl, davon neigen sie sich. Oh, das ist schön animiert. 940. Darf man uns mal eintragen. Eintragen. Und noch verkehrt zu schieben mit Doppel E. Na gut. Ist egal. Aber ihr seht, auch so ein kleines Spiel. Und wenn es auch schon so alt ist, kann es trotzdem noch Spaß machen. Ja, vielleicht habt ihr auch mal Lust, dieses kleine Spielchen mal auszuprobieren. Ich kann es euch eigentlich nur empfehlen. Macht auf jeden Fall immer noch relativ guten Spaß. Und ansonsten, wenn das Video euch gefallen hat, gebt mit Daumen nach oben, sagt es weiter und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten, freue ich mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Display. Also macht's gut. Tschüss.